Hi und herzlich willkommen bei Stay Geeky, ich bin Dennis Matthias und heute möchte ich dir gerne Calico vorstellen. Das ist ein Spiel erschienen bei Ravensburger für ein bis vier Spieler im Alter von zehn Jahren oder darüber mit einer angegebenen Spieldauer von 30 bis 45 Minuten. Bei Calico geht es darum, dass wir uns Kills zusammenstellen. Das sind so eine Art Patchwork decken und wir kombinieren dann Farben und Muster, erzielen dann je nach Vorgaben Siegpunkte und locken dann auch Katzen an, die es sich auf unserem Kilt gemütlich machen. Wie sich das spielt, das zeige ich dir jetzt. Willkommen bei Calico. Wie gesagt geht es darum, dass wir unser Kilt zusammenstellen. Dafür haben wir hier unser Spielerbrett ausliegen und das machen wir, indem wir hier diese Teils mit verschiedenen Farben und Mustern als Stoffstücke hier auf unserem Brett legen. Wie wir das machen, das ist abhängig von unserem Wertungsplättchen. Jeder Spieler hat sechs von diesen Plättchen, zieht zu Beginn vier von diesen sechs und darf sich drei auswählen, mit denen er spielen möchte. Zusätzlich haben wir hier oben zufällig Katzen ausliegen, die favorisierte Muster haben und abhängig davon, ob wir eine bestimmte Form auslegen oder eine bestimmte Anzahl von Plättchen mit gleichen Mustern, so locken wir diese Katzen an, legen diese auf unser Kilt. Zusätzlich bekommen wir hier diese Knöpfe. Wenn wir mindestens drei gleichfarbige Plättchen aneinander liegen haben, dann kriegen wir so einen Knopf, die sind dann auch Siegpunkte wert, haben wir alle Knöpfe auf unserem Kilt, bekommen wir noch so einen Regenbogenknopf. Zu Beginn des Spiels haben wir zwei Teils bereits auf der Hand und wie gesagt diese Wertungsplättchen ausliegen. Hier für dieses Plättchen bekommen wir Siegpunkte, wenn die Stoffteile um dieses Plättchen herum eine Kombination A, A, B, B, C, C ergeben. Das heißt, wir haben drei verschiedene Muster zum Beispiel insgesamt jeweils zweimal oder drei verschiedene Farben jeweils zweimal. Erreichen wir das nur mit Farbe oder Muster, bekommen wir dafür Siegpunkte. Erreichen wir das mit beidem, bekommen wir dafür 11 Siegpunkte. Hier immer das Ganze mit A, 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 B, B, B und hier dürfen wir keine gleichen Muster oder Farben hier rumliegen haben. Bei dem Bilden unserer Muster oder Farbgruppen zählen auch hier diese bereits auf unserem Spielerbrett angegebenen Stoffstücke. So, in unserer Runde wählen wir jetzt eines unserer Teils aus und platzieren das auf unserem Kilt. Sehen wir ja zum Beispiel hier oben, Felix beispielsweise möchte gerne in einer Zeile drei aneinander grenzende Muster haben, entweder dieses oder jenes. Wir haben bereits hier so eins und sehen hier schon eins dieser Muster als Vorgabe an unserem Spielerbrett. Wir können das also jetzt beispielsweise hier anlegen und würden hiermit dann bereits schon diese Musterreihe starten. Danach wählen wir uns eins dieser Plättchen aus, die wir auf die Hand nehmen. Beispielsweise könnten wir dieses Plättchen nehmen, wir ziehen dann ein neues Plättchen hier aus dem Beutel, legen das in die Auslage. Das wäre der nächste Spieler an der Reihe. Wir gehen einfach mal davon aus, er würde sich ein Teil nehmen. Wir ziehen ein weiteres Plättchen. Jetzt sind wir an der Reihe und könnten jetzt beispielsweise versuchen, dieses Muster hier für Moritz zu legen. Wir könnten dann beispielsweise hier schon ein Plättchen anlegen, würden anfangen, diese Form zu legen. Wir dürften diese Form übrigens auch rotieren und hätten gleichzeitig die Möglichkeit, würden wir hier gleich noch ein blaues reinlegen, unseren ersten Knopf zu erhalten. Dann ziehen wir nämlich auch einfach mal hier dieses Plättchen als nächstes, ziehen ein weiteres aus dem Beutel, unser Gegenspieler sind in der Reihe. Gehen wir auch wieder davon aus, er würde jetzt einfach ein Teil ziehen und wir wären wieder dran. Können wir beispielsweise das Plättchen jetzt hier hinlegen, bekommen unseren ersten Knopf, den wir dann jetzt hier auf diese Gruppe legen. So geht das Spiel dann weiter. Würden wir dann beispielsweise nachher noch so ein Teil hier ziehen, dann würden wir wie gesagt den Felix anlocken, dürften den hier drauflegen, damit wir wissen, am Ende des Spiels bekommen wir dafür die fünf Siegpunkte. Und hätten wir dann beispielsweise am Ende des Spiels diese Plättchen noch hier ausliegen, so, dann würden wir hierfür entsprechend sieben Siegpunkte bekommen, weil wir eben mit den Mustern die Vorgabe A, A, B, B, C, C eingehalten haben. Für jeden Knopf, den wir haben, bekommen wir am Ende des Spiels drei Siegpunkte. So, das ist Calico. Jetzt kommt das Spiel mit der Abbildung ja so relativ knuffig daher, mit diesem Kätzchen, aber da darf man sich eigentlich nicht so sonderlich sehr von täuschen lassen. Das Spiel hat es nämlich relativ in sich. Also jetzt noch nicht mal von der Komplexität der Regeln her, sondern einfach vom spielerischen Anspruch. Man muss hier nämlich wirklich viel nachdenken und hat auch unheimlich viele Sachen, die man berücksichtigen muss. Also dass ich eben halt diese Wertungsplättchen berücksichtige, dass ich die Farben berücksichtige, dass ich die Muster der Katzen berücksichtige. Das gibt auf der einen Seite sehr viele Möglichkeiten, wie ich denn jetzt hier taktieren möchte, wie ich mein Kild zusammenstelle. Auf der anderen Seite, wie gesagt, macht es das zu einem sehr knoblerischen Spiel. Und im Prinzip ist Calico auch eher ein abstraktes Spiel. Also man hat wirklich den Fokus auf diese Decke, auf die Farben und auf die Muster. Diese Kätzchen, die sind eigentlich nur drauf gepastet und die stehen eigentlich eher im Hintergrund. Es ist natürlich auch schön, dass man hier die verschiedenen Katzen sammelt und dann auch die Knöpfe sammelt und die auch auf dieses Kild legt. Das macht optisch einen netten Eindruck, hat aber leider den Nachteil, dass man sich mit diesen Token, die man da drauflegt, die Sichtbarkeit auch ein bisschen verschlechtert. Eben weil ich natürlich diese Plättchen, auf die es eigentlich ankommt, abdecke. Also da hatten wir dann auch im Spiel schon ein paar Mal, dass wir immer diese Tokens hin- und herrutschen mussten, nochmal genau zu gucken, welches Muster befindet sich jetzt darunter. Das fanden wir nicht ganz so gut gelöst. An sich ist Calico ein wirklich schönes, anspruchsvolles, knoblerisches Spiel. Wenn man so etwas mag, wenn man auch abstrakte Spiele mag, ist Calico eine Empfehlung. Für mich persönlich verliert Calico nur an einem einzigen Punkt und das ist nur durch einen Vergleich, nämlich mit einem Spiel, was ähnlich ist wie Calico und das ist Sagrada. Bei Sagrada geht es eben darum, dass wir halt Würfel haben. Diese draften wir und kombinieren die dann zu einem Buntglasfenster. Warum Sagrada an einer Stelle für mich besser ist. Bei Calico draften wir halt einfach die Teile, die jetzt zur Verfügung stehen, haben auf diese aber eigentlich keinen Einfluss mehr. Bei Sagrada kann ich eben halt den Würfel, den ich mir drafte, noch manipulieren, indem ich zum Beispiel einen Würfel nochmal neu werfe oder ich die Augenzahlung 1 erhöhe oder erniedrige. Das haben wir jetzt hier nicht, aber das ist wirklich nur im direkten Vergleich, dass ich sage, dass mir persönlich Sagrada ein bisschen besser gefällt. Nichtsdestotrotz ist Calico ein sehr, sehr schönes Spiel. Würde ich ansonsten auch in meiner Sammlung behalten, hätte ich eben nicht Sagrada. Ja, jetzt vielleicht, für wen ist Calico etwas? Wenn du abstrakte Spiele magst und wenn du es halt wirklich magst, zu knobeln und diese Kombination rauszufinden mit diesen Teils, dann ist das ein sehr schönes Spiel. Für wen ist das eher nichts? Wenn du jetzt angelockt wirst, ich sage jetzt mal so vom Thema und von dem Design eben halt auch in diesen Kätzchen und du suchst ein thematisches Spiel, das ist Calico eher weniger. Also es ist wirklich ein abstraktes, denkeres Spiel, wo man nach Farben und Mustern schaut. Insgesamt, wie gesagt, ein sehr schönes Spiel. Acht von zehn Punkten für Calico. Ich hoffe, dir hat die Spielerezension gefallen. Wenn dich jetzt entweder Calico oder Sagrada interessieren, beide Spiele findest du auch bei uns im Shop und dann sehen wir uns auch gerne beim nächsten Mal. Bis dahin. Stay geeky. Ciao.